So, ich würde sagen, Road Trip beginnt. Let's go! Fast, oder? Ja, wir sind auf der Straße. So, dann sind wir mal bei dem selben Land. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch für die nächsten drei Wochen so. Ja, easy. On the road again. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gifts as we go down the highway. We're the best of friends. Insisting that the world keep turning our way. And our way. Das wäre der beschissenste Sicherheitscheck, wenn jemand es gemacht hat. Die Reine war so kurz eigentlich. Aber nee. Zwei Meter lang oder so. Aber irgendwie zwei Stunden gedauert. Und Hauptsache mein Koffer noch rausziehen. Danke für nichts. Wir sehen uns im Flugzeug. Die Reine war so kurz. Und wir sehen uns im Flugzeug. Und wir sehen uns im Flugzeug. Und wir sehen uns im Flugzeug. Die Reine war so kurz. Musik Was it top? Easy going Also der Tipp vorhin meinte jetzt, dass wir da ungefähr so zwei bis drei Stunden anstehen, bis wir halt hier durchkommen. Bin mal gespannt. Also das Video mit den paar anstehenden vorher, das war ein bisschen lächerlich. Es sind doch ein paar mehr. Musik 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 So, wir sind jetzt hier in Los Angeles, sind gerade eingecheckt im Hotel und wir gehen jetzt was snacken, was genau, keine Ahnung, es gibt die Auswahl von allem und noch viel mehr. Jonas meinte, das ist so fünf Gehminuten entfernt, wir gehen jetzt aber schon seit zehn Minuten. Ja, aber wir müssten auch, glaube ich, schon fast da sein, wenn ich, wenn ich. Du kannst ja zeigen, wie die Sicht aussieht, also wir sind sicher, es sieht gut aus. Wir sind auf richtigen Wegen, alle Wege führen da. Falls wir was gefunden haben, sagen wir Bescheid, sonst war es das letzte Vlog von uns und wir sehen uns. Alle Wege führen zu Target, oder so, Jonas 2022, Los Angeles, Kalifornien. So, wir sind jetzt mal hier bei den Chilis, ich hab mir so ein Steak gestellt und der Juni hat sich ein Fajitas. Fajitas. Mehrere. Mit einem. Mit einem. Mit. Ähm. Garnelen. Auf jeden Fall. Sind wir mal gespannt. Ich schmeiß mal aufs Steak. Ein Chokret-Cake mit einem Molten-Chokret-Center, topped mit Vanilla-Eiscrim und einem Chokret-Shell. Also, wenn das nicht geil ist. Extreme Elite plus Vega-Uns-Problem. Also, ich hab jetzt gehofft, dass es wenig ist, weil ich bin schon voll gefressen. Wow. 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 Wir müssen eine Petition starten. Das muss es auch für uns geben. Aber das ist super süß. Aber geil. Das ist geil. Uber jetzt zum Hotel. Könnte ich mehr laufen. Voll gefressen. Ich sag mal so. Burger? Einer ist kleiner. Das reicht erstmal für die nächsten drei Wochen. Ich seh schon das E-Hop. E-Hop Hunger. Das ist ein Gesicht. Gutes Mann. Ist mir aufgefallen. Ja. Aber das ist eine komische Nase. Was? Die ins Auge übergeht. Auf jeden Fall geil. Das muss ich auf jeden Fall auch probieren. Aber echt nicht wenig. Das ist jetzt schon geiler. Geil. Also die haben uns gerade einen neuen Ahornsirup gebracht. Die gehen tatsächlich davon aus, dass man den ganz aufbraucht. Und dass wir für das bisschen mehr brauchen als so viel. Was ist los? Over thinking life choices. Part 14. Von 300. Du hast es gleich geschafft, Thomas. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall rausgefunden, in Ahornsirup trinken ist the way to go. Am besten auf Ex. Am besten auf Ex. Am besten auf... Ja, Thomas. Das füllt die Lücken. Super Jonas. Da ist ein Euphalyptusbaum. Wo? Da. Wir haben uns jetzt mal einen Mietwagen gegönnt. Wir werden mal schauen, wie der in echt aussieht. Ja. Wir können uns doch keinen aussuchen. Ne, wir können uns leider keinen aussuchen und uns noch 1000 Dollar Jungfahrer zahlen, weil ich leider nicht so alt bin. Mal gucken. Ich kann mal machen, oder? Der professionelle 360 Grad Scan. Jetzt neu. Warum sieht Capri Sonne hier beim Target so erwachsen aus? Ich muss schon sagen, wir haben echt coole Tastaturen hier... Das ist so das neue RGB. Es gibt ja verschiedene Formen. Einmal komplett mit Numpad an einem Kram. Und hier gibt's dann Single Key. Jonas, gehen wir in die Puffs nachher noch? Nee, das wird so soft. Genau deswegen. Was ist? Genau der Flair. Am Start ist das Video. Musik aus. Stille. Vibe weg. Alles zu langweilig. Lass lieber nach Hause. Und hier. Musik aus. Musik aus. Das ist jetzt wieder Venice Beach in California. Das sieht ultra geil aus. Musik aus. Musik Irgendwelche letzten Worte? Wenn meine Dogecoin später noch was wert sind, dann wartet auf die Beerdigung. Du hast doch Dogecoin? Ja. Das gehört für Glück. Na dann, tschüss! Herr Gardinger, Herr Gardinger, was sagt sie? Woran hat sie hier liegen? Ganz ehrlich? Und dann ist 5 Minuten Zeit, eine vernünftige Frage zu überlegen. Und dann kommen die zwei so Scheißfragen. Das ist klar, danke. Der DJ. So krass, wie in der Eheiz Israel ist. Das ist Real Estate, Leute. Dann baue ich jetzt noch ein Haus hin. Das ist ein neues Grundstück. Ja. Wie viel Mieten Sie das? 1,50. 1,50 was? Hongkong-Dollar. Finde ich gut. Ich auch. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, genau. Es ist Sonntag schon. Es ist Sonntag schon. Es ist Sonntag schon. So. Plan für heute. Wir fahren jetzt noch frühstücken. Dann geht's in den Walmart. Und dann geht's schon los nach Palm Springs. Ja. Es soll zwar irgendwie regnen. Jetzt nicht so das Wetter, für das Palm Springs bekannt ist. Aber. Wir werden trotzdem hin. Ja. Ja. Wird trotzdem warm. Egal ob Regen oder nicht. Ja. 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 Okay! Die Große oder die Kleine? So, wir haben jetzt echt zwei Stunden gebraucht. Wir haben jetzt glaube ich alles, was wir brauchen, für die nächsten drei Wochen, um zu überleben. Fertig. Ich glaube, das reicht. Ja. Schon heiß hier. Bisschen. Bisschen sehr. Ich bin hier in der Barreleine, sehen wir, weil die Rats ist green und die Girls are pretty. Willst du, bitte, take me high? Ja! 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 So. So. Oh, weine Darmut, wir sind jetzt angekommen mit leichtgewölken Palm Springs wie Google Maps auf deutscher Sprache sagen würde. Ja. Ähm, genau. Wir... Hitze. Was? Unser GoPro schaltet sich gerade wegen Hitze ab. Wo wir... Also... Es ist hier schon zu warm. Kaum es die Klima ausgeht, die auf die Gophron. Ohne Klima haben nicht nur wir keinen Bock mehr, sondern auch die Gophron nicht mehr. So, at Bill's Pizza, see what people are ordering. So, wir sind jetzt hier im leicht bewölkten Palm Springs. Wir haben uns jetzt entschieden für einen Laden namens Bill's Pizza. Und ich bin mal gespannt. Wir springen direkt mal, bis die Pizza fertig ist. Dann brauchen wir nicht warten, ne? Das heißt? Ich würde gerne mitspringen. Das hat jetzt nicht funktioniert irgendwie mit dem Schnipsen. Kannst du nochmal probieren? Kaputt. Geh weg jetzt! Okay, bis gleich. Warte, hier übrigens noch ein kleines Update. Thunderstorms. Das steht schon als aktuelles Wetter drin. Bin gespannt, was gleich passiert. Aber wie viel Grad? 37 Grad Thunderstorm. Ich bin gespannt. Ja. Ich schwelze. Also man kann das echt im Video nicht zeigen. Aber sobald du aus dem Auto aussteigst, ist es gefühlt wie in einem Grill. Also es ist wirklich, es sieht nicht so aus. Aber der Körper reagiert schnell. Man hat direkt so eine Schweißschicht auf den ganzen Körper. So jetzt bin ich Jonas endlich mal los geworden. Jetzt kann ich mal ohne ihn weiterfahren. Hehehe. So du warst gerade auf dem Klo und brauchst jetzt wieviel Dollar? 5 Dollar. 5 Dollar. 5 Dollar. 5 Dollar. 5 Dollar. Dankeschön. 5 Dollar. 5 Dollar. 3 Dollar. Vertraut niemandem. Niemanden. Oh, der Mann bringt Eis mit. Das ist doch was sinnvolles. Der Typ war so nett, der hat mir meine Pisse gleich eingefroren. Geil. Ein Dino! Oder ein Mammut. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Wo ist es? Ich hab's verloren. Ich glaub, es ist einfach ein Elefant. Er ist ein Elefant, ja. Da mach ich mit Mammut gar nicht so weit weg. Das ist heiß. Das will ich jetzt keine Patro... Ich kann nicht mehr richtig sprechen, vielleicht kann ich es doch keine Patro... Es ist heiß. So, Punkt. Jonas? Ja? Kommt wieder noch ein? Ja. Hi. Oh ja. Hallo. Okay. 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 So, wir kommen noch ins Hotel. Wir müssen erstmal eine ID einchecken. Und dann noch irgendwie 5000 Formulare unterschreiben. Und dann keinen Hitzeschock kriegen und dann kommen wir ins Hotel. Jetzt ist es fertig. Eronia... Dings auf dem Schlüssel stand das Kennzeichen drauf, ne? Hätte man vielleicht noch ein bisschen früher machen können, ne? We have accepted the terms of agreement. Was heißt das jetzt? Äh, ich habe jetzt gerade irgendeinem komischen Formular meine Kreditkarteninformation gegeben. Mit CVC. Ich habe eine Unterschrift gegeben. Ja. Schicken wir dir noch ein Vorder- und Rückseitenfoto von unserer Kreditkarte. Easy going. Und jetzt schicke ich dir das per MMS oder... Ne, per Fax eigentlich. Das ist aber Textmessage. Ich schicke dir jetzt kein Foto per Textmessage. Weißt du, was mich ein MMS im Ausland kostet? So, du schickst mir jetzt deine Kreditkarte über... Airdrop. Genau. So, dann haben wir es über E-Mail, über MMS, über... Airdrop. Ich will doch nur Auto entbruchen. Ich will doch nur was bezahlen. Also nicht mal eigentlich. Ich will ja nur für die Dings haben. Für die Kaution. Ja, das ist ja schon bezahlen. Hast du eigentlich... Hab ich über MMS einfach Kreditkarte ein Foto geschickt, oder? Eigentlich kam nicht an. Fing auch nicht aus. All I can do is send you another registration card. Kannst du MMS mit deiner Nummer verschicken? Oder Bilder per Ding? Bestimmt. Ich habe ja USA-Nummer. Ja, dann versuch du es mal. Ah, ich rach nicht! Du kannst nur ein Foto einfach rumladen. Und der muss aber beides... Ein Foto irgendwie dann hinschicken. Hat Instagram jetzt auch noch irgendwie deine Kreditkartendaten, oder was los? Ne. Ne? Chevrolet Equinox Color Black. Das ist die alte Kreditkarte. Aha, kein Wunder, dass es nicht geht. Ja gut, pass auf. Dann kriegt er auch nur die richtigen Bilder. Ob das jetzt so lange gedauert? Weil mein Google Pay Autofill-Connector der Tastatur hat da noch eine alte Kreditkarte als Main-Kreditkarte hinterlegt. Okay, ganz schnell. Das ist die 76-degrees-Mallweiser. Um und zu Hause zu kommen. Das ist die 76-degrees-Mallweiser. Geil, dann haben wir ein Poster, das heißt wir müssen ja immer einkaufen und Eggos kaufen. Was müssen wir kaufen? Eggos. Wenn wir runter stellen wollen, maximal in 2er Schritten. Runter? Noch kälter? Ja, aber wieso denn, weil meiner hat ja den Security Pin im Mund vom 2er, die fehlt bei mir gerade. Das heißt, wenn ich so leicht anstopfe, dann berührt es nur noch ganz groß. Da ist Geruch im Mund. Was fragst du? Also nimmst du raus. Bier mit Tomaten als Winterdosen? Also ich hätte bei uns gerne so eine Auswahl von Eis, wie wir das hier hätten, haben, tun, tun, tun. Weil das lässt mein Eisherd schon höher schlagen jetzt. Es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Es ist einfach unfassbar. Was los? Hier ist kein Eis. Das ist alles Eis. Von jemals? Ja. Und das ist das Budget ja richtig. Soll mal einer sagen, Amerikaner sind verschwenderisch? Das Licht geht erst an, wenn man davor steht oder nicht. So, jetzt gehen wir mal in den Pool. Sehr viel. Genau. Oh ja. 7 Feet. Was sind das? 7 Feet sind so 2 Meter. 2,10 Meter oder so. Ich komme auch nicht zum Boden zurück. Ich komme auch nicht zum Boden zurück. Das ist die Tode. Wahrscheinlich jetzt einfach alle, die hier wohnen, haben einfach jetzt aufgewickelt. Nur Lachkram des Jahrhunderts. Wenn das war die Öffentlichkeit kommt, dann sind wir keine Frage mehr. Okay. Dann. So einfach es ist. Hat man mir das vorher gesagt? Frau Hatschein. Jonas, sag mal gute Nacht. Gute Nacht, meine Fans. War ein geiler Tag. Und so kann man es aushalten, würde ich sagen. Tschüss. Ab euch lieb. Tschüss. 5 Uhr morgens. Ich habe gesehen, wie früh es ist, als ich aufgestanden bin. Ich habe gedacht, wir können jetzt mal ein bisschen hier lang laufen. Vielleicht kriegen wir einen coolen Shot für einen Sonnenaufgang hin. Okay, Spot ist auch nicht so ultra geil. Bitte? Ähm. Plumpy. Oh. Nicht sterben ist Plumpy übrigens. Äh, ja. So, wir haben jetzt glaube ich einen ganz guten Shot gefunden. Ich warte ja nur darauf, bis hier das ganze Equipment, das da steht, einfach irgendwie vorbei geht und einfach klaut. Ja, das ist Palm Springs, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, warum es so heißt. Statement? Ähm, wir haben es versucht, wir haben alles gegeben. Was haben wir eigentlich losgefahren? So um 5.30 Uhr. Ein Unwetter soll hier ganz... Wo sind wir? Los Angeles? Nee. Palm Springs fluten. Äh, wir haben noch 10 Minuten Zeit für die Evua Avocado. 1000 Palmen. Mehr Palmen als Menschen hier in Palm Springs. Ist auf jeden Fall sehr geil. Könnte ich auch länger als zwei Tage hier sein. Wir müssen aber weiter. Wir müssen jetzt nämlich nach Kingman. Kingman! Ja, ich geh mal dahin, kommst du mit? Okay, bis gleich. Wo gehst du nach Kingman? Weißt du das, wo du nach Kingman gehst? Äh, da. Ah, okay, bis dann. Jonas meinte gerade, er braucht einen Kaffee. Ja. Ja, dann... Wobei mein Kaffee? Ich hab das Bett geschmissen. Sorry. Jetzt ist der Gang. Same shit every day. Hahaha. So kann man auch seine Zeit am Palm Springs Logo verbringen. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich da oben saß, dass da irgendwie ein Polizist vorbeikommt. Und da liegen wir vom Visitor Center. Da fanden halt 5 Millionen Autos vorbei jeden Tag. So. Wir haben es ohne irgendwelche Verhaftungen überlebt. Dann... Es sieht jetzt nicht so aus, als ob man hier nicht durchgehen dürfte. Auf der anderen Seite sieht es so aus, als ob man hier nicht durchgehen sollte. Ich sag mal so, wenn es nicht verboten ist, ist es erlaubt, ne? Ich krieg dich jedes Mal. So, Jonas geht jetzt mal ins Krankenhaus und gibt hoffentlich jetzt keine 5000 Euro aus. Und da geht Jonas in ein anderes Krankenhaus. Und da geht Jonas zum dritten Mal in ein Krankenhaus. So, nachdem wir gestern im Pool waren, hatte Jonas irgendwie ein ziemlich verstopftes Ohr. Und das ging dann über Nacht auch irgendwie nicht weg. Und das scheint aber nicht nur Wasser zu sein, was man leicht rauskriegt, sondern irgendwas anderes. Was ist los? Ich hab keine Lust mehr. Ich will nach Hause gerade. Und jetzt sind wir schon beim dritten Krankenhaus, die ihn jetzt hierher geschickt haben. Und hoffen wir mal, dass das jetzt was wird. Und dass wir nicht irgendwie 5000 Dollar an Healthcare irgendwas zahlen müssen. So, ich esse jetzt einfach mal noch die Bills Pizza von gestern. Die war ja noch ziemlich nice. Da kommt der. Too easy, ey. Aber was ist das Ergebnis? Sieht nicht so gut aus. Auf jeden Fall schon mal 400 Dollar. Alles klar. Ja. Ja. Ja, das passt schon. Ne, okay. Dann danke erstmal. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Also in der Theorie kann ich hier machen, was ich will an ärztlichen, notwendigen Sachen. Und ich kann das dann schneller einrechnen. Kann nicht zoomen leider. Ist dumm. Ja. Dann bis später. Bis gleich. Oder so. Glaubst nicht. Da ist er. Hallo. Guten Tag. Du bist jetzt taub geworden. Ja, ich bin jetzt taub geworden. Die haben mir die Ohren einfach taub gemacht. Aber es geht. Ich muss mir noch eben ein Rezeptmedikament aufholen. So Tropfen für Entzündungen im Ohr. Die darfst du mir dann ins Ohr tropfen. Oh ja. Ja, geil. Ich durfte leider nicht filmen, wie sie es rausgespült hat. Ich verlasse jetzt gerade Palm Springs. Und are heading in die Richtung Joshua Tree National Park. Wir müssen nur gucken. Wir haben jetzt schon ein bisschen später. 1830. Wir müssen schauen, dass wir da noch ein bisschen Tageslicht kriegen. Weil wir ein bisschen später losgefahren sind. Aus medizinischen Gründen. Wir sehen uns dann, wenn es so weit ist. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Zwei Möglichkeiten, entweder wir pennen hier irgendwo und fahren am Morgen 6-7 Stunden am Stück oder wir ballern jetzt noch durch bis Kingman und wir wechseln uns einfach ab. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 also ich habe mich noch nie so sehr über ein kühles wasser gefreut ist so, jetzt wird mir erstmal in der cue box nach ganz unten gegraben, wo die eispfüffel sind ja, ich habe es jetzt verstanden ganz kalt sind wir noch nicht oh mein Gott oh mein Gott Bis zum nächsten Mal. Das ist gut, sagst du? Im Verhältnis zum Venice ist das angenehm. Sehr schön, sehr schön. Wir müssen jetzt zusammen das Minen machen. Obst bei euch genauso gerade? So ein dummer Satz kann ich nicht drauf ausbringen. Obst bei euch? Obst bei euch? Wie? Genauso gerade. Du hörst dich an wie Thomas bei einem Alles-Versied-Video. Ja, sorry. Aber du sprichst wenigstens richtige Sätze und nicht absichtlich falsch. Obst bei euch genauso gerade ist? I doubt it. Das war schon gut. Helikopter. Mach den Hub, Hub, Hub. Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Mach den Helikopter. Eins, eins, sieben. Hubschrauber, Einsatz. Hub, Hub. Was ist das denn? Oh. Darum treten wir die ganze Zeit. Das ist so ein Dreck. Schaut euch diese Landschaft an. Unglaublich. Jetzt ist die Kamera nass geworden. Scheiße. Scheiße. Neu kaufen. Weg. Du, wie bist du denn? Sag mal. Aua, das sind Steine. Aua, das sind Steine. Was ist los? Das ist ein bisschen bokehling. Weißt du? Ja. Ich hab mir die beste Straße ausgesucht. Aber, we did it. Wirлять in Two- palten Canyon in the springtime 22 years When I was aee Jeuf andpre そんな sunshine More and more Deze Gorilla High school All done great. Absturungs at Mbre the only shooting stars break the moment where's the water Das ist so gut zu sehen, das war die allergeilste Horschubband. Ich weiß nicht, es war so ein Typ, der sah aus wie Mitte 20 oder so, vielleicht auch jünger. Und der war im Horschubband, wollte irgendwie ein Foto machen oder so. Und irgendwie, weiß ich nicht, einen Elternteil noch schrie so über 15 Meter hinweg, so. Take him off the phone! Take him off the phone! Jetzt dürfte er nicht ans Hände drauf. Ich war so, I was taking a picture for God's sake! Das ist so, weil er so über den ganzen Horschubband hast du das gehört. Just taking a picture for fuck's sake! For fuck's sake, I can know! Just taking a freaking picture for fuck's sake! I don't want it! Well I'm heading to Glen Canyon in the springtime. It's been 22 years since I felt it sunshine. More and more these weary hours lie upon me. More and more I've met my thoughts to where they wanna be. Where they used to be, so long ago. Woah! And I'm heading for the hills of Santa. Though I've never been up on the road. You're bringing me down, bringing me down. Yeah! Where we are, from the hills of Santa. So weit bin ich gerade falsch. So weit bin ich gerade. Ah ne, das ist weg. So also zwei Sachen. Erstens, ich habe die Sonnenblende nicht gefunden, aber ich habe einen Plan B, ich mache das mal mit denen hier. Und zweitens, ich habe mich gerade ziemlich hart auf die Fresse gelegt. Ja, das wollte ich noch mal kurz erzählen. Gut, das habe ich auch noch nicht mitgekriegt. Weißt du, ich denke das so aus. Und hier so, du siehst es auch noch. Tja, okay, ihr könnt weiterfahren. Okay. 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 Heute. Okay. Okay. Mit dem Helikopter. Der denn? Ja. Kurz vorm Quitter. Feel Parking, please pull forward. What? Der hat es gesagt. Was ist das für ein Parkhaut, Alter? Nee, will ich mit meinem Auto never ever hochkommen. Auf Level 3 bin ich nicht so gut drauf, hab ich hohen Angst. Also sagt der, der gerade noch beim Grand Canyon war. Ey, im Parkhaus hab ich wirklich hohen Angst. Und das ist jetzt Free Parking? Sicher ist das Free Parking. Free Gas, Baby! Free Gas, Baby! Was hast du jetzt gemacht? Ich hab fast den Arm gebrochen. Ich wollte die Tür öffnen, aber ich hab das mit der Hand gemacht und dann hab ich mir die Kante hier voll in meinen Arm reingepackt. Au! Eamon kennst du jetzt schon den Arzt, ne? Ja, den Arzt. Die sind 10 Minuten hier drin und sind jetzt 3 Meter geschoben. Also wir gehen jetzt wieder ins Casino, von da kommen wir gerade. Aber wir haben keine Ahnung wo das Hotel ist. Ist so. Jetzt bin man so überwältigt, dass wir glatt am Hotel vorbeigegangen sind. Warum wir keine Priority Line? Weil wir arm sind. Wir sind in Vegas und für Spielen hatte keine 2.000 Dollar. Oder? Das ist schon nicht schlecht. Okay. 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 Das ist gleich da. Eins. Zwei. Du hast wahrscheinlich so zwei Millimeter neben der Druckplatte hingelegt. Ja. Und jetzt wären wir gleich richtig arm. Was ist das hier? Ja. Du steckst nicht. Ne. Zu viel. Das war vielleicht nicht der smarteste Move oben. 0 Uhr zu meinen, ach komm, dann lass uns doch eben nochmal kurz Vegas angucken. So, ich weihe jetzt mal unser Pad ein hier im Hilton Hotel. So. Jäаю im Busch. Jäuho, ich nehme dich a yer. You gotta es hier in geräusche. a gedau. A teacher, der Rügel disposal. Nachtisch anbetLAB Underере geniors Ethankom league digest tank. Nicht wahr. Seit zu nicht ver�에uer im curiosity. So. Have a nice day. Jest glatt. Also hier ist unser Gate und da unser Casino. Ain't nobody stoppin' me, ain't nobody stoppin' me. I live my life on the edge, party like a rockstar. Pedal to the floor and it doesn't matter how far. Ain't nobody stoppin' me, ain't nobody stoppin' me. It is time for SummerSlam, baby! Summer, it's gettin' hot, everybody's showin' up. Kickin' the cake, breakin' the mold, legends of warriors go toe to toe. It's gettin' hot, raise up the temperature, so hot. The fire is burnin' up, heat wave, nobody's safe. Tonight is the night, today is the day. Come on and get ready, the time is right now. Shake up the place from the roar of the crowd. We on the way, ain't no stoppin' us now. We're goin' crazy and we're goin' wild, come on! We gon' show the world what the Summer likes. It's a party goin' down, everybody sing it loud now. Summer, it's gettin' hot, everybody's showin' up. It's hotter than the Summer Sun. Shades on, hands up, we about to get it on. Ain't seen nothin' like summer out here. We've been waitin' all year, yeah. Look in my eyes, there's nothin' out here. I know the time is near. Lush my tears, this for the champions. For the gladiators, forever young. Feel the heat from the rising sun, let it shine down on us. Turn it down! She's down for it. Oh! 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 My god! Oh! Oh my god! Oh my god! Oh my f*****g god! The winner, is still the Smackdown Women Champion! Das ist mein W.W.E. Danke, Gott! Mancham! Acknowledge me! Acknowledge me! Acknowledge me! You goddamn Rob Muno! The following contest is a last man standing match! From Minneapolis, Minnesota! A big ass country boy! You goddamn Rob Muno! 85 pounds! Coming here tonight! To kick Roman Reigns' ass! Barack! Lesnar! I'm done screaming shout! We love it! We hate it! We're all just trying to make it! We love it! We hate it! We all came here to make it! In this crazy town! Crazy town! Crazy town! We're just trying to make it! We love it! We hate it! We all came here to make it! In this crazy town! Crazy town! Crazy town! Crazy town! Crazy town! Wie fanden Sie das Event? Überragend. Unglaublich. Unglaublich. Ich möchte nur erwähnen, das ist kein Casino, das ist ein Flughafen. Das ist ein Flughafen, das ist ein Flughafen. Das ist ein Flughafen, das ist ein Flughafen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und 3,20 Euro weg. Aha, und Chilis und mal 2. 2 Euro, 3 Euro, 3,20 Euro. Ja genau, genau so fühlt sich das an, wie ein 100-Dollar-Schein verbrennen. Genau das. 5 Euro, 6 Euro, 7 Euro, 7 Euro, 20 Euro. Jawoll! 94 Dollar! Scheiße! Sag ich doch, dass es geht! Das Cash-Out funktioniert nicht. Ja, sagst du auch gerade zu scannen? Also irgendwie geht der Cash-Out-Button nicht. Ja, der Cash-Out-Button geht auch nicht. Hast du verloren? Mein Haus, mein Auto, alles eigentlich. Ja, ich habe meine Mom eingesetzt. Wir können jetzt noch weiter keine Freunde mehr sein. Ich habe nichts verkauft. Scheiße! Ja. Das ist einfach nicht das richtige Spiel für uns. Wir brauchen... Scheiße! Wir brauchen irgendwas Scheites jetzt. So, wir sehen uns am Tisch. Oder so. So, wir haben uns jetzt was ganz anderes und anspruchsvolleres gesucht. Das waren mit zu viele Symbole. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht... Äh... Der einarmige Bandit... Der wird's machen. Ja. 20 Cent weg. Aha. Quiet. Komm, mein Geld ist weg. Nichts. Nichts. Sehr froh. Sehr froh. Ist kaputt? Ja, ist kaputt. Ist jetzt hier einfach nur sehr gut. Ja. Aktueller Status. Wie viel hast du verloren? Ähm... Ich habe einen Zwani reingeschmissen vorher. Dann nochmal einen Zähler. Ja. Ich habe einen Zähler. Und jetzt ein Fünfer. Also 35 Dollar. Ja. Ich bin bei 100. 10 Dollar gewonnen. Und jetzt ein... Und jetzt kommt der Pro-King. Blackjack-King. 40 Dollar gewonnen. 60 Dollar. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, ladies and gentlemen. Wir sitzen hier gerade bei Blackjack. Ich habe gerade meinen Wert verdoppelt. Und das hier ist unser Spielfeld, meine Damen und Herren. Und hier werden wir jetzt unseren Einsatz tätigen. Unser Einsatz wird jetzt seien 20 $20 auf das Spielfeld. Dollar. Ich mache jetzt einen Dient raus. Und wir haben jetzt hier 20. Das bedeutet, wir werden daraus einen Stand machen. Und damit hoffentlich den Computer besiegen. Na? Blackjack King. Sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob du standest. Du hast hingedrückt. Bist du dumm? Ich wollte auf Stand klicken. Er ist bei 20 und zieht die Karte. Ich wollte auf Stand klicken, verdammt. Du hast gerade 10 Dollar verloren durch einen Fissklick. Das ist nicht dein Herz. Easy Money. Du bist einfach... Ich glaube, das war geil. Ich verliere dann nochmal eben 10 Euro. Dollar. So einfach kann man aus 20 Dollar... 80 Dollar machen. Easy Money. Easy Money. Kommt alle noch nach... Das will ich jetzt. Was ist los? Das ist nicht dein Ernst. Wieso? Du wirst die ganze Zeit nur am Gewinn. Es läuft. Der kommt langsam, aber der Gap wird uns wieder hoch. Ich bin gerade von 20 auf 80 wieder hoch. We're getting somewhere. Alright. Wir haben eine spannende Situation. Thomas ist mit 50 Dollar drin. So sieht's aktuell aus. Nicht so wirklich geil. 14 zu einer 9. Und er überlegt, was er tut. Stand. Das war's. Wie viel Dollar? Gar nichts. Peanuts. 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 Passt. 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 Zeig ich doch. Das passt halt. Das passt halt. Also auch wenn ich heute Geld verloren habe, immerhin habe ich viel Schiwasser. Ja. So, wir haben gestern ein bisschen Geld verloren. Aber es macht nichts. Wir holen das jetzt alles wieder raus. Gar kein Problem. Du. Ich hab Geld verloren. Ja, aber ich geb nichts an. Ich hol das raus. Ja, aber ich werde für uns jetzt. Achso. Ja, okay. Alles klar. Thomas zahlt jetzt den Roadshow. Ja. Easy. So warm kann's draußen gar nicht sein, oder? Es ist schon Minusgrad. Das ist gut. Das ist perfekt. Ja. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Ich hab was neben mir. Ja. 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 Oh, da kann sich knackern. Amos! Was ist das ausgedachte, dass man die ganze Treppen hat? Was ist das ausgedacht? Also hast du dein Training? Wirklich! Geile Aussicht! Nice! Ist das die Skihalle? Was machst du denn da? Ich verstecke mich im Windschatz des Bettes. Ist es kalt, meinst du? Wenn du vor der Klimalage stehst, wie ist es dann hier? 60! Oh shit! Was ist das? 15 Grad oder was? Weiß ich nicht. Normalerweise sind wir bei 72 Grad gefahren. Ich glaube die ist dann jetzt auch erstmal aus. Ich glaube es ist kalt. Und wir hocken jeden Tektor. Okay. Ist das wie so eine Großmutter, die sich gerade hingelegt hat. Für den letzten Schlaf. Tomas! Was? Ich muss mit dem Rücken grauen. Bitte nicht. Irgendwann nicht gefilmt werden. Okay. Das ist so cool. Das ist so cool. So Toy die Icke bei Schwarte ist. Soảo Kadentor und Nachfeiden. Man stört. Oh shit. Das ist so eine Englische Weise. Das ist auch ein Krugfaden. Ne, wir sind nicht betrunken. Weißer nicht. Leider. Ich habe nur ein Bier getrunken. Ich habe nur ein Bier. Die Lemon Soda hat das in sich. Ich habe nur ein Bier getrunken. Kommt der Pils. Untertitelung. BR 2018 Was haben wir da gerade gelesen? Estimated weight duration for park entry. Zwei Minuten. Zwei Minuten waren das? Okay, achso. Ich habe da irgendwie hours gelesen. Nee, das waren Minuten. Das waren ja Stunden. Mit dem Titel sind die Musik-Letter. Die letzte Lettere kommen. Halt bitte. Jetzt musst du nicht so hoch 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 hoch. Einfach mal nett nachfragen, dann sagen die ein Glück. Aber sie hat gesagt, woher das ging. Ja gut, dann also nicht. Dann fahren wir einfach wieder nach Hause. Dann fahren wir auf, es ist ein Up-Hill-Climb. Drove right past all the dangerous signs. And I just can't wait to tell you goodbye. Cut a new trail, leave our love behind. Sometimes the road is the best remedy. Obwohl ich genauso gerade ist. I don't. I don't. Two broken hearts that need setting free. So how many more miles to Yosemite? How many more miles to Yosemite? Highlightiness Okay Leute, da hinten sind no shit, da sind Bären. Der guckt uns wirklich gerade an. Ich habe Angst. Holy shit. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Es ist einfach keine Absperrung, kein irgendwas dazwischen, nichts. Es ist einfach nur dieser Wald und ein paar Bären. Ich habe Angst. 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 Ohne geht es nicht weiter rein. Weil es hier an der Kante liegt. Geh doch rein... Reicht das? Es reicht. Das ist der Golden Gate Park in San Francisco. Es ist ziemlich warm hier. Es macht kalt. Wir sind gefühlt eineinhalb Stunden durch den Park gelaufen, um irgendwo einen Punkt zu finden, der nicht für ein Festival abgesperrt ist. Und wo es eine Parkbank mit Tisch gibt. Und wir haben tatsächlich nur dieses in diesem Platz hier gefunden, wo kein Schwein ist. Und es wird immer kälter. Ich habe jetzt schon zwei Schichten Kleidung an. Zum ersten Mal im Roadtrip. Und meine Finger frieren mir gleich ab. Da melden sich schon Eisgestaller auf dem iPhone. Ja, wenn wir noch nicht verfroren sind, dann sehen wir uns gleich irgendwo anders. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Amen. Das ist gut. 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 August. Wir waren eben im Park spazieren, kamen wieder, haben Witze darüber gemacht, dass auf dem Rückweg eine unserer Scheibe eingeschlagen wurde. Nun kommen wir zurück und ich weiß nicht, ob Sie es sehen, aber eine Scheibe hinten ist nicht mehr verdunkelt. Warum? Sie ist nicht runtergefahren, sie ist kaputt. Ja. Wir sind gerade wiedergekommen. Ich bin dort eingestiegen, auf der Seite, oder habe zumindest die Tür aufgemacht, wollte den Rucksack reinigen, sehe schon, dass die Scheibe gesplittert ist und habe mir erst mal nichts dabei gedacht, habe kurz ein paar Sekunden darauf gewartet, dass Thomas rumgeht und es selber checkt und dann macht er die Tür auf, checkt es im ersten Moment gar nicht und dann so, oh. Ja. Nee, ist super. Schön, oder? Ja. Toll. Alles voller Scherben. Aber das Gute ist, Polizei kommt nicht, interessiert ihn nicht. Oh, the police department. I called the non-emergency number from the San Francisco police department. Weil es ist halt daily basis hier, passiert hier halt hunderttausend mal am Tag. Wir sind gerade im Park spazieren gewesen und selbst da wurde schon an einem Truck zwei Scheiben eingeschlagen. Den Autofall-Eyer haben informiert, fahren zum Flughafen und kriegen neues Auto. So, we have to drive like 20 Kilometer to the San Francisco International Airport and get an exchange vehicle. We can do that. I hope we can. Well. Well. Ja, mit dem Highway jetzt mit offenem Fenster. Ach ja, und eine ganz kleine Kleinigkeit noch. Was wird geklaut? Die Drohne. Genau das, was wir jetzt eigentlich die nächsten Tage hätten am meisten gebraucht. Das gibt jetzt leider kein Footage vom Highway 1 runterfahren. Nee, wir müssen dann unser Handy hochwerfen. Genau. Wir machen das dann mit einem ganz langen Selfie-Stick dann. Ja. Ja, ja, ja. Ja, nice. Ja. In dem Sinne. In dem Sinne. Schauen wir mal ein bisschen zusammen, ne? Ja. Ja. Geil. Ja. Tschüss. Let's do that. Oh, man. Ich hab keine Lust. Was denn? Was genau? Das, das ich, weil die... Das ist ein Netz, ne? Okay, wenn man sich jetzt kann man auch zu Hause schlägt eure Alarm. Das Gute ist schon mal, dass wir mit dem Auto eigentlich kein Problem haben. Wir geben denen das da hin und dann kümmern die sich um den Scheiß und wir haben einfach ein neues Auto und dann können wir vielleicht doch San Francisco uns angucken. Ja, ich würde da hinten mal eben kurz ein bisschen Ordnung machen. Ja, das ist für dich so geil. Ja, wird ne kühle Fahrt nach San Francisco Airport. Ach. miss regnet? Nee, nee. dope! incredible great experience lovely people you can't get those experience so well would recommend 10 out of 10 11 out of 10 do you want to drive your rental without insurance? it's the same i hope i don't have a glass more inside i have a broken window i have no idea i have a plate i have no idea 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 i said girl what you wanted to be she said baby can't you see i wanna be famous with a star on the screen but you can do something in between baby you can drive my car yes i'm gonna be a star baby you can drive my car and baby i love you beep 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 yeah 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 so it's basically the same thing but in new and here it looks like the same beep 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 What did we have forgotten? our GoPro mount! our g0cro-knop... i thought we were going to see that good, just let go our g0cro-knop and then we're going to wait, oh no, we need to stop the g0cro-knop wait is he too? yes wie zuhause was ist denn das für eine Sprache? komisch also wir stehen jetzt schon gefühlt drei stunden an um hier am Meta eingang ein Foto zu machen können wir jetzt wahrscheinlich noch zwei stunden warten und dann dann gibt es das Selfie und jetzt laufen wir noch mal zum Meta Schild weil jonas muss ein Foto mit der Ente hier machen also irgendwo hier sollte die Google Garage sein Google Maps sagt im Prinzip genau da aber ich sehe hier nichts als spannendes außer ein paar Häuser wenn sie da war haben wir sie drauf genau irgendwo hier waren sie ihr habt das gesehen in the Virgo cluster in the Milky Way third rock from a star where my people stay they call us human we call ourselves by our color to eyes from above it seems we murder each other so futuristic why is peace love and happiness so futuristic why is peace love and happiness so futuristic why is peace love and happiness so futuristic so futuristic I hope that we could fix it. It's easy to trick yourself into thinking there's more, but earth could be heaven, and you could be God. It's true that you could be the artist, paint the life that you want. Earth's a beautiful canvas, a miracle to behold, long as you don't get caught up in all the green and the gold. You wait for miracles straight out of book of letters and psalms. Maybe the fact we're even here is the biggest miracle of all. Perfectly distant from the sun, to have light but not burn up. A moon to guide the tide and give us light to the sun up. Planets on the outer rim to block the cosmic debris. A speck of dust and a sunbeam is really all that we be. Think about that when we talk about the concept of peace. Our fighting and ignorance keeps us far from the key. Over who's got better, who's really repping the truth. Burning down houses for who lives over the roof. In the Virgo cluster, in the Milky Way. Third rock from a star, where my people stay. They call us human, we call ourselves by our color. To eyes from above, it seems we murder each other. So futuristic. Wise peace, love and happiness. 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 So futuristic So futuristic Lookin' down the peril of a hot metal fortified Just another way to survive California, rest in peace Simultaneous release California, show your truth She's my priest She's my priest And I'm your priest Yeah, yeah So we lassen unser Auto da jetzt mal stehen So wie 500 andere auch Und laufen jetzt mal zur Drücke Es ist kalt! Wo sind wir denn heute? Wir sind in Los Angeles An der Silver Gate Bridge Exactly What the fuck? Das ist die Golden Gate Bridge Wie man sie klemmt Mehr gibt's davon auch nicht zu sagen Wir machen ein Quiz in welcher Stadt wir gerade sind Zu Orpheus steht Los Angeles, Las Vegas und New York Täglich habt ihr das Richtige gerade schon gesagt Richtig In diesem Sinne Es ist immer noch kalt Wollen wir gehen? Es wird auch nicht wärmer Es sei denn wir rennen ein bisschen auf die Stelle Aber das können wir kriegen Wir haben ja eh noch einen kleinen Trip zum Auto Wir müssen nämlich dann später noch ungefähr Das was ihr nicht sehen könnt Dann müssen wir hin Und jetzt? Könntest du die Tür aufmachen? Und jetzt? Könntest du die Tür aufmachen? Die Tür aufmachen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In divs ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Expanding our knowledge, expanding our lives in space. This is a moment in the history of Southern California people will never forget. They'll never forget where they were when they saw this. It will never happen again. It's never happened before. What a magnificent view. The Space Shuttle Endeavour has flown 25 missions with 154 astronauts, traveled more than 123 million miles, transported the first American segment of the International Space Station, repaired the Hubble Space Telescope, and enabled hundreds of wonderful experiments. What a beautiful view. If everybody had a notion across the USA, then everybody be serving like California. You'd see them wearing their baggies, warachi sandals too. A bushy, bushy, blond-haired dude. Surfing USA. You'll catch them surfing at them. Inside, outside USA. Ventura County Line. Inside, outside USA. Santa Cruz and Trent. Inside, outside USA. Offered a narrow beam. Inside, outside USA. All over Manhattan. Inside, outside USA. And there's a leaning way. Inside, outside. Inside, outside. Everybody's gone surfing. Surfing. Surfing USA. Yeah. Surfing. Surfing. Surfing USA. 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 Please Even ladies want to cry I'll be Thunderstruck Thunderstruck Yeah 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 Thunderstruck 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 Das war's. All right, thank you. Have a great day, bye. This is goody pagan. Rock-A-PRO 4-4. Eigentlich wollten wir los zum Target fahren, äh gehen eigentlich und sehen hier dieses Ding will stehen, einfach mal. Das haben wir vergessen. Ja, wir haben nur gehört, dass das Ding in ungefähr einer Minute losgeht, deswegen müssen wir jetzt auch los. Ja, also in dem Sinne, tschüss. Ich wiederhole, was der Busfahrer gerade gesagt hat. Let it burn! Let it burn! Wieso nicht? Dann lassen wir es mal burnen, ne? So much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I, how do I, how do I say goodbye? When I couldn't, you always saw the best in me. Right or wrong, you're always on my side. But I'm scared of what life without you's like. So how do I say goodbye? And I saw the way she looked into your eyes. Just hold the light high, high. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I, how do I, how do I say goodbye? So how do I, how do I, how do I say goodbye? Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020